Noch nicht geöffnet. Geschlossen. Oh, Mann. Okay, ich komm ja schon, ich komm ja schon. Arschloch. Ja, kann ich helfen? Ja, ich, äh, suche meinen kleinen Bruder. Etwa ihre Größe. Etwas schlanker. Etwas weniger graue Schläfen. Sam? Schön, dich zu sehen, Nathan. Oh mein Gott, Sam! Wow, okay, okay, langsam, langsam. Wie? Ich dachte, du... du wurdest getroffen? Ja, das stimmt. Genau hier. Oh, Mann. Die Ärzte, Ärzte, die haben mich zusammengeflickt und zack, war ich zurück in der Zelle. Ja, aber... Ich habe rumtelefoniert, alles überprüft und es gab überall dieselbe Antwort, du seist tot. Nathan, wir haben den Wärter getötet. Ich sollte für den Rest meines Lebens in der Zelle verrotten und das wäre ich fast. Mensch, Sam, ich... Mann, hätte ich das gewusst, bei Gott, ich wäre sofort... Du wärst gekommen. Ich weiß nicht, ich weiß. Was jetzt zählt, ist, dass ich draußen bin. Hey, hey! Alles klar bei dir? Ich muss an die Luft. Du wirst doch jetzt nicht ohnmächtig, oder? Kannst ja sein. Ist ganz schön viel für mich, Mann. Wie... Wie bist du da rausgekommen? Wann bist du raus? Wie kommst du hierher, zu mir? Okay, langsam. Setz dich. Erzähl mir von dir. Von mir? Ja. Was soll ich da erzählen? Ich habe alte Bekannte angerufen. Die erzählen ziemlich wilde Geschichten. Was für wilde Geschichten? Ein Bauchschuss. Du hängst an einem entgleisten Zug im Himalaya? Ja, das... Das ist echt passiert. Komm schon, Mann. Was habe ich verpasst? Mensch, Sam, wo soll ich da nur anfangen? Mit dem besten Teil. Okay, ähm... Vor ein paar Jahren war ich in den Raub, äh, einer Öllampe aus einem türkischen Museum verwickelt, okay? Öllampe? Sie war ein Artefakt aus Marco Polos verschwundener Schatzflotte. Kublai Kahn Schatz? Ja. Ja, und wie sich herausstellte, war verdammt viel mehr auf diesen Schiffen als nur Schätze. Tja, was soll ich sagen? Noch eine verschollene Stadt zerstört und, ähm, wir sind lebend rausgekommen. Gerade so. Unglaublich. Ja. Ja, das war's. Schade, dass du nicht da warst. Nein, es ist wirklich unglaublich. Du, du stolperst schon wieder über eine archäologische Goldgrube und schaffst es, am Ende mit leeren Händen dazustehen. Wie immer. Tja, das ist wohl mein Schicksal. Hm. Aber ich hab schon hier und da ein paar schöne Sachen gefunden. Hat fürs Auto gereicht, das Haus, den Verlobungsring, den... Verlobungsring? Ich bin verheiratet. Unglaublich. Elena aus den Geschichten. Sie ist meine Frau. Du musst sie kennenlernen. Heute Abend. Dinner, bei mir. Du kommst zum Essen, dann erzähl ich hier von dir. Mist, ich muss hier von dir erzählen. Nathan. Ich stecke in Schwierigkeiten. Was? Wovon redest du? Was ist denn los? Sagt dir der Name Hector Alcazar irgendwas? Ja, dieser Drogenbaron. Der Schlechter von Panama, oder? Wieso? Ne lustige Geschichte, aber... Im letzten Jahr war er mein Zellengenosse. So bin ich aus dem Knast gekommen. Liest du es gar nicht? Samuel, komm her. Hör mal. Die Wachen. Sie singen. Na ja, die sind bestimmt besoffen. Kann sein. Aber sie sind zufrieden. Wie können sie mit ihrem mickrigen Leben zufrieden sein? Ihrem erbärmlichen Job? Na ja, sie haben Ehefrauen, die auf sie warten. Was haben wir? Nichts für Ungut. Wir haben Ehrgeiz. Und wenn wir hier rauskommen, wird uns dieser Ehrgeiz weiterbringen, als es sich diese Idioten vorstellen können. Tja, dein Optimismus in allen Ehren. Was hast du vor, wenn du hier rauskommst, Samuel? Das heißt, falls ich hier rauskomme, du kannst es dir sicher vorstellen. Kann ich. Aber ich will, dass du es sagst. Ich werde den größten Piratenschatz aller Zeiten finden. Was du inzwischen bestimmt schon nicht mehr hören kannst. Oh nein. Die Geschichte von Henry Avery und seinen 400 Millionen in Juwelen und Gold ist mein liebstes Schlaflied geworden. Glaubst du wirklich, du kannst ihn finden? Wenn ich die Chance dazu hab? Auf jeden Fall. Ehrgeiz. Wie heißt das Zitat von Avery? Ich bin ein Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. Mir gefällt, wie er denkt. Was zum Teufel? Die Chance unseres Lebens. Herr Alcázar. Herr Alcázar. Ich will ihn verletzen. Sag mir hier. Wow. Was machen wir mit ihm? Samuel. Bist du bereit, dein Glück zu suchen? Ja. Vamonos. Bedrohliche Spahn, das ist echt der Beste, ne? Kapitel 5. Hector Alcázar. Vamonos. Oh, shit! Oh, shit! Ich bin ein Friesiker, sind Satisten. Wir tun der Welt einen Befallen an. Hier. Die wirst du brauchen. Ja. Du weißt noch, wie man ab so umgeht. Ja, das kommt schon wieder. Abbran todas las puertas. Hector! Damit löst du einen verdammten Aufstand aus. Ja, genau. Vagalo. Oh, boah! Oh, boah! Oh, boah! Waffen, meine ich. Keine Munition mehr, Hector! Töte dich doch mal endlich! Das guckst du so schief! Oh! Dich habe ich schon immer gehasst. Das ist jetzt eigentlich nur... Geht ja nicht. Aber hier. 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 Hier geht auch nicht. Oh, fuck! Oh, ich kann mich nicht in den Stummgewehr holen. Da ist auch. oh shit hängt er siehst du der plan funktioniert das sehe ich und was jetzt estamos in position están listos samuel was warum ja mir geht es gut Oh, fuck! Danke, Mann! Er lebt ja noch, what? Er steht neben dem und... Hälfte im Gringo! Er ging rüber von den Torn! Oh, natürlich, natürlich! Ach du Scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Verdammt, Samuel! Oh, scheiße! Alter, hier geht ja die Party ab und Ende! Oh, scheiße! Ups! Ah! Alter, du bist doch verrückt! So eine ganze Armee mitgeracht! Scheiße! Und da, Jum! Oh! 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 Samuel! Oh! 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 Au revoir. Hier, Samuel, trink. Oh nein, mir geht's gut. Sogar besser als gut. Hier, du bist dehydriert. Los, trink. Danke. Also, was hat Samuel und Drake jetzt vor? Hey, was hab ich vor? Zuerst einmal baden. Und in einem richtigen Bett schlafen. Vielleicht leistet mir da auch jemand Gesellschaft. Mein Bruder finden. Klingt für den Anfang ganz gut. Ja, stimmt. Also, was glaubst du? Wie lange brauchst du, um Averys Schatz zu finden? Äh, keine Ahnung. Ich muss zurück in die Staaten und die Suche fortsetzen. Wie lange? Schwer zu sagen, bevor ich anfangen kann. Du weißt doch, wo er ist. Ja, äh, stimmt. Okay, aber hör zu, es ist nicht so, als hätte Avery eine Karte mit einem roten Kreuz hinterlassen, okay? Aber es gibt eindeutige Hinweise. Oh, okay. Warte, warte, warte doch mal. Hey, hey, hey. Leider, ganz ruhig. Ich mag dich, Samuel. Und noch wichtiger? Ich hab dir geklappt. Darum bist du hier. Ich, ich kann ihn finden, okay? Ich brauch bloß Zeit. Lame un cucio. Weißt du, das Problem ist, so langsam bekomme ich wirklich Zweifel. Oh Gott, Hector, hör mir zu. Ich werde ihn finden. Ich schwöre nicht. Wie lang? Sechs Monate. Leute sind faul. Sie bitten mich immer um mehr, als sie eigentlich brauchen. Drei Monate. Drei Monate sind unmöglich. Drei Monate. Die Hälfte des Schatzes. Schaffst du das? Sag es. Drei Monate und die Hälfte. Also, wenn du wegläufst, oder versuchst, den Schatz zu verstecken, oder etwas ganz Dummes tust, wie zur Polizei zu gehen, erfahre ich es. Wenn du es am wenigsten erwartest, werde ich da sein. Und dann ist der Tod eine Gnade, die du nicht bekommst. Hier. Hier. Komm hoch. Also, die nächste Startmung ist zehn Kilometer da in Richtung Sonnenaufgang. Lange her, dass wir beide die Sonne gesehen haben. Vamos. Wenn ich ihn finde. Was dann? Keine Sorge. Wenn die Zeit kommt, werde ich da sein. Wenn er's weft, Herr Samuel. Tja, Alcazar lässt mich gehen und... Hier sind wir. Das ist übel. Nein, wir folgen der Spur einfach weiter und... Der Spur? Sam, es gibt keine Spur. Nach Raves und meiner Flucht kaufte er mit dem Geld seiner Eltern das Land um die Kathedrale des heiligen Dismas. Wir haben alles durchkämmt. Averys Schatz ist nicht dort. Natürlich kein Grund für Rave. Der Vollidiot buddelt da schon seit Jahren vor sich hin und findet nichts. Überrascht mich nicht. Was heißt das? Tja, ich... Hab sozusagen selbst ein bisschen gegraben. Und äh... Ich wette, dass Rave das nicht hat. Wirklich erstaunlich, was man heute alles im Internet findet. Das ist doch nur das Dismaskreuz. Ach ja, denn unseres damals war zerbrochen und hohl, weißt du noch? Das Ding ist ja noch intakt. Avery hat mehr als ein Kreuz angefertigt. Was also bei dem in Panama gefehlt hat? Könnte in dem hier noch drin sein. Hm. Na gut. Wo ist das? Oh, dieses erlesene Stück. Versteigern sie und zwar in drei Tagen auf dem Rossi-Anwesen. Das Rossi-Anwesen? Oh, du kennst es. Äh, ja. Aber wie kommen wir bitte an eine Einladung zu einer exklusiven, schwer bewachten Schwarzmarkt-Auktion? Tja, man braucht nicht unbedingt eine Einladung. Ja, und mit welchem Geld bietest du gegen diese reichen Säcke? Selbst eine zweite Hypothek auf mein Haus würde nicht reichen, um... Tja. Klar, du willst versuchen, es zu stehlen, was? Nein. Wir. Oh, nein. Nein, Mann, echt. Ich nicht. Ich bin raus. Was? Nein, ich, ich, ich mache sowas nicht mehr. Außerdem gibt es jede Menge andere Leute, die für sowas viel besser geeignet sind. Wer denn? Äh, was weiß ich. Leute wie... Oh, Mann. Irgendwer. Charlie Cutter. Nein. Er ist mein Mann für solche Sachen. Nein, 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 auf keinen Fall. Ich vertraue Charlie und auch sonst keinem aus deinem Telefonbuch mein Leben an. Okay? Ich brauche dich dafür. Oh, Mann, Sam, es muss eine andere Lösung geben. Nicht in der kurzen Zeit. Und bestimmt nicht bei Alcázar. Hallo, Schatz, ich bin's. Ja, hör mal, das glaubst du nicht. Äh, Jameson kam gerade mit den Genehmigungen rein. Ja. Ich weiß, ich weiß, aber... Wie es aussieht, mache ich den Job in Malaysia doch. Siehst du schon was? Nur ein Haufen zwielichtige Oberganoven, die sich rausgeputzt haben. Hm. Und noch kein Zeichen von Sullivan. Ah, es ist ja noch Zeit. Sieht aus, als wäre der Lagerraum in dem Gebäude hinter dem Haupthaus. Kannst du's von da sehen? Nur ein Stück vom Dach. Oh, was die da wohl alles versteckt haben mögen. Konzentrieren wir uns auf Averys Kreuz, okay? Naja, du könntest deiner Frau ja auch was Schönes mitbringen. Sehr witzig. Halten wir's einfach. Gut, einfach. Es wär viel einfacher nur mit uns beiden. Sam. Wir könnten schon längst drin sein. Ja, aber wie? Hast du eigentlich einen Plan B für den Fall, dass dein Freund Sullivan kalte Füße kriegt? Nein, denn das passiert nicht. Oder falls er erwischt wird? Sam. Er kennt die Veranstalter der Auktion. Er wird sich locker durch die Party plaudern, nach oben gehen, das Fenster entriegeln und wir sind drin. Ein grundsolider Plan. Aha. Okay, schön. Na los, spuck's aus. Was, wenn er das Kreuz für sich selbst klaut? Das würde er nie tun. Victor Sullivan. Wir reden über denselben Victor, richtig? Ja, er hat schon mal Leute gelingt, aber nicht uns. Nein, dich nicht. Ihr zwei wart ja noch nie dicke Freunde. Leichte Untertreibung. Aber ich vertraue ihm, okay? Er gehört zur Familie. Nein, nein, nein. Hör zu. Wir können ihm vertrauen, okay? Gut, okay. Er kommt, ganz sicher. Irgendwann. Aber jetzt kommt schon, du musst doch zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass er... Siehst du? Vertrauen. Versuch, den Smoking sauber zu halten. Schon klar. Einmal ein Dieb, immer ein Dieb. So, so gern ich da jetzt auch schon rein spazieren würde, muss ich hier dann die Folge beenden, beziehungsweise die Aufnahmesession. Kuss, kuss, kuss an alle, die eingeschaltet haben. Ich danke für jeden, der fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß bei kommenden Projekten, beziehungsweise bei allen anderen Projekten. Checkt also aus Instagram, TikTok und YouTube, Twitch, alles tatutti. Bis dahin. Bis zur nächsten Folge, meine ich. Tschüss. Bis zur nächsten Folge, meine ich.